Hallo, hier mal wieder ein Video von Fix und Foxy. Ich versuche es jetzt einfach nochmal und habe die beiden Böcke zusammengesetzt. Ich habe das Ganze vergrößert, sodass sie sich aus dem Weg gehen können oder beziehungsweise verstecken. Und ich beobachte das Ganze. Ich freue mich, wenn du ein Like, ein Kommentar oder ein Abo dalässt. Ich freue mich, wenn du ein Like, ein Kommentar oder ein Abo dalässt. Oder auch nützliche Tipps für die kleinen Zwergkaninchen. Ja, was essen denn deine Zwergkaninchen am liebsten, wenn du welche hast? Also bei meinen habe ich noch nicht so wirklich rausgefunden, was sie am liebsten essen. Danke, aber auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020